So Eileen, sehr schön, so kann die Hütte stehen bleiben. Jetzt lass uns doch mal checken wie es innen aussieht. Ja, das machen wir. Die große Überschrift lautet auf jeden Fall Mission Beyond Zero. Guten Morgen, Herr Dr. Albers. Schön, Sie hier zu treffen. Sie sind garantiert der richtige Mann, um uns das Messemotto zu erklären. Ja, mit Sicherheit kann ich das. Auf der diesjährigen IAA ist unser Messemotto Mission Beyond Zero und das heißt, dass wir uns eigentlich mit vier Themengebieten beschäftigen. Das ist zum einen die Elektrifizierung, dann die Automatisierung, das Thema Digitalisierung und die Nachhaltigkeit. Unser Messehighlight ist unser E-Trailer mit einer voll elektrifizierten Achse und das heißt weniger Dieselverbrauch und weniger CO2-Emissionen. Und warum Mission Beyond Zero? Was ist genau die Mission? Die Mission dahinter ist, dass der normale Trailer eigentlich keinen Antrieb hat, insofern auch keine CO2-Emissionen erzeugt und wir mit der voll elektrischen Achse die Zugmaschine, egal ob batterieelektrisch oder dieselbetrieben, unterstützen und dadurch die Emissionen dort nochmal unter Null bringen und deswegen Mission Beyond Zero. Hier liegen gleich der Oberhammer, der elektrisch angetriebene Auflieger von Trailer Dynamics. Und die letzte Meile? Auch ökologisch korrekt, elektrisch unterstützt. Guck mal Harald, Celsineo ist auch am Start. Und wen wundert's? Voll elektrisch. Akustik passt? Bestens. Ich bin gespannt, was die Startups uns hier alles vorstellen werden. Im Vorfeld kann ich schon mal anteasern, dass es sich um keinen Science-Fiction-Film handelt, wenn es heißt, dass Fahrzeuge aus der Ferne sicher überwacht, unterstützt und sogar gesteuert werden können. Außerdem wird uns ein Webportal vorgestellt, das eine digitale Lösung zur Analyse und Berichterstattung zum Thema Reduzierung von CO2-Emissionen in der Transportbranche anbietet. Ein weiteres junges Unternehmen wird uns flexible Standardlösungen für eine nachhaltige Digitalisierung von Geschäftsprozessen näher bringen. Dass jedes Logistikunternehmen seine Fahrer und Fahrzeuge vor Überfällen und Diebstählen schützen möchte, ist klar. Auch hierzu gibt es eine tolle, technologische und updatefähige Sicherheitslösung. Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Tagen viel dazulernen werden. Richtig guter Tag heute. Jetzt noch eine Feierabend-Brause und natürlich etwas Bettlektüre. Und morgen geht es weiter mit dem großen Thema Nachhaltigkeit. Bis dahin, es bleibt spannend. Bis dahin, bis dahin, bis dahin.